Hallia, nun herzlich willkommen zum nächsten Aufnahme von Let's Play Counter-Strike mit dem Kevin Hallöchen Und mir, und ich hoffe, dass diesmal keine Bots da sind Und nach der Runde müsste ich mal kurz meinen Speicher Obwohl, wie viel, wie viel, wie lang ging das? Jede Runde für 10 Minuten, 15 Lötzen, Alter, da muss ich mich Diesmal geben wir Counter-Terrorist, okay? Vollkommen mit Terrorist Let's go Boah, auf der Phase Das besser hat been a mistake In Downsmoke Oh, auf der Map, eh, auf der Map gehe ich richtig ab, Kevin Oh Gehen wir, gehen Werden wir mal sehen, werden wir mal sehen Ich gehe zu, Leute, wir spawnen direkt bei A, ich gehe zu B gleich Die gehen bestimmt zu B und wollen ablenden Ja, wir sind's Ne, wir sind unser Spawn nicht direkt auf A Der voll beknackt, eh Die sind bestimmt alle auf B Nö, die sind alle in der Mitte, Alter, oh der Herr Ich wäre sofort zu BG gelaufen Und unsere geilen Bots sind alle schon tot Oh, richtig nice Ernsthaft? Ja, schau mal Schau mal hin, Junge Boah, Alter, sind die schlecht Die sind richtig kacke, Alter, die Typen Oder die Bots Jawohl Also, also Wow Die, ich hab' gesagt, ich bin bei A Wie, jetzt, ich hab' keine Munition mehr, ey, Leute Das kann unmöglich oder ernst sein Leute, ich hab' grad' vier Kills gemacht Also, 90% vom Team ausgeschaltet Und ich hab' keine Munition mehr Wieso, ich hab' keine Munition mehr, kann nicht sein So, dann gehen wir mal hier hin Weiß ich, ich hab' eiskalt meine Pisten Gehen wir Komm, ich geh' mal zu A Vielleicht kommen sie wieder da rüber Man weiß ja nicht Und ich geh' mal die Leiter, ruhig hoch Mal schauen Vielleicht kann man für den runter schnittern Das ist auf jeden Fall kein Doch, da hinten ist jemand Und die Bomben sind bei, die sind bei B Die, Mist Kinder Hab' einen gesehen Hab' einen gesehen Hast du einen gesehen? Hab' einen gesehen Wie kann man das abbrechen, ey? Nein, ich möchte nicht Du hast einen gesehen, ich hab' einen getötet Nein, ich möchte den letzten töten Okay, wo haben sie jetzt geplantet? Sie haben die jetzt bei A geplantet Das kann jetzt unmöglich der Ernst sein, oder? Haben sie bei B geplantet Ich hör's piepen Wir haben bei A geplantet Bei B Bei B? Warst du bei A grad? Ich bin bei B Und es piepst hier Scheiße, wo ist die Bombe? Hier Hallo E Ah, schaff' ich noch? Schaff' ich noch? Geschafft Und ich hab' zwei Kühe gemacht Gut Ich hab' einen gemacht So, laufen wir die gleiche Stelle ab Ich komm' jetzt ja hier Über Mitte Oder Richtung A Also ich mag CT mehr, weil die M4 Nicht so einen Rückstoß Kevin, was ist da los? Ich muss mich konzentrieren So, wer der Bestseins Ich werd' schon Ich hab' gerade eben drei Kühe gemacht Nice Jetzt kommen sie bei B Boah Oder auch nicht Zumindest ist da einer Da, Steve Da, Steve Wieder bester Springer Viermal MVP von 4 Hammer, nice 11-0 Good 5-0 1-assist 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 Ich hab' früher immer 1-assist gesagt 1-assist, oh 1-assist, dann 1-assist, dann Geh' nicht immer denselben Weg, man Du nimmst ja auch Ja und? Das ist voll die gute Stelle Na trotzdem Nice shot 3-2-go Na, die sind bei B 3-2-go Hast du gehört, Kevin, die sind bei B Hast du gehört, Kevin, die sind bei B Hä? Ah, ne, die sind in der Mitte Ist es die Mitte? Naja Das ist ja jetzt Born 1-assist 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 H. Y. 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 Y die Bombe liegt bei BKL echt jetzt da ist doch eine Kack-Mongos ich denke voll Spocken naja die zu B-Alter ich gehe doch zu B Schaut haben sie bei B geplant, sobald die Kacke sind äh, den wollte ich mir absnacken ooooh, jalla jawoll oh man, es soll ein anderes Spieler kommen, ich möchte Skins haben ich möchte eigentlich auch Skins haben, aber irgendwie irgendwie funzt es nicht, oder? ja, zwischen uns ja, okay geben wir wieder Bombe ja, aber nächstes Mal, gehen wir anal okay sonst bin ich nicht glücklich throwing a grenade oh, alle B, alle B, alle B fucking shit wir haben die Bombe jalla oh, scheiße ist Kevin ok Lappen ok Kevin war zwei Mal MVP, ich war fünfmal der wohl gewählt Köln ein schlusser alter jetzt immer er ist schon wieder 7 0 led es darf nicht sein mann ok Leute ich verspreche ich nicht zumal werden Leute dabei sind also andere spüren das ist echt langweilig für euch wenn wir nur gegen solche Potspielen ich bin du bist war schon bei einer A-Wert hat durch A-Wert ich bin echt scheiße boah bin ich in den Lappen ey ey ich hab die zwei noch gerapet alter jawoll ich hab ne Waffenkiste bekommen für irgendwas wir müssen das sich auf aufleveln ok Leute das war's von dieser Aufnahme ich hab ne Waffenkiste bekommen ich weiß also tschüss